Bitte Leute, will... Oh, verdammt. Bitte Leute. Willst du Trägern mit entsprechender Genehmigung besucht werden? Okay, ja, ich hab die Lachen hier. Ich täubte, ich hab's nicht... Ich versuche... Eine Pistole, schön. Okay. Ich versuche, dass ich die Wachen nicht umbringe. Das ist einfach, ohne. Ich hab das nicht so gut. Einmal neben uns, einmal neben uns. Einmal neben uns. Ich stehe nicht mit dem Pern. Hütz! Okay. Hallo! Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht vertreten, es sei denn sie werden bei einem Wartoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So, gut, dort. Okay, hoffen. Ich muss mich mal wieder zu machen, sonst ist der. Ja, hier ist einer. Ja, komm her. Ja! Und hinten! Böses... Ah ja, ich weiß sicher was. Kein Bock. So, hm. Yeah. Woah! Och! Ey! Das... Servel! Hallo! Hallo! Schöne Sache. Ja, hier hab ich gesessen. Ich hab ein bisschen Blut verloren. Ah, du Arsch. Ach, du Böser Mann. Alltypisch, ey. Geld? Okay, das müssen wir mich erst nicht. Torbo ist schon wieder bewusstlos. Jot, Tagebo. Auch wenn er in mir einstecken konnte. Als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht. Dass etwas gestimmt uns tatsächlich unterschreibt. Ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein! begleitet es konnten durch den einzelhaft zellen block müssen vorher geplant werden eine woche im voraus ja aber heute muss schon alles vorbereitet werden ich kann es kaum erwarten sein kopf wollen zu sehen anders als manch anderer mochte ich die kaiserin sehr er kommen für die wache die morgige hinrichtung mit entsprechender genehmigung besucht werden ich war hier ich war noch nie ja ich kenne die Leute nicht mal auf weg auf so na gut die Lose die die schmetzeln einfach alles ab ach ich darf nicht sterben nein jetzt haben wir hier best ich habe auch ein bisschen viel mehr zu sagen ich weiß es hätte ich weiß nicht ich weiß nicht worden ah Das war ein Pech. Ah, das war noch mal. Ich hab mir Kopf getroffen. Ich kann das jetzt sprinten. Das ist ein bisschen was er zu mir hat. Da gehen wir ganz easy durch. Das ist ja schön animiert. Das Wasser, wenn man hier direkt wegkommt, ist alles verschwommen. Die Kanalisation, los, rein! In die Kanalisation! 5 Minuten, ja, 6 Minuten. Oh, das ist eine Killermaus. Er hat Sprengstoff benutzt, um den Weg freizumachen. Das war kein Zufall. Glaubst du, er hatte Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Was auf... Er... 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 Okay, die Mosse will ich nicht treffen. Ich hab schon ein schlechtes Verhältnis mit denen. Ich kann mir auch so sehen. Oh fuck. Ich mach nie. Ich werde jetzt nicht schweben. Das ist halt auch kein Kameranlose. Oh, es schwebt. Okay. Sneaky. Das wäre, das wäre, das wäre. Ich kann mich nicht mehr find. Ja, für mich. Perfekt. Gut. Ich kann mich nicht mehr find. ja vergiss es viel zu weit ich will mir ja nicht die seuche holen nein schützt das elixier nicht dagegen vielleicht was soll es was sie uns hier heim das machen ich äh kommt hier nein, nein boah, was ist denn? vor Ort hier müsste ausgerottet werden wo ist bleibt hier? nein, nein hier muss ich mit verschöpfen zurückkommen Achtung, Bürger von Dunborn. Der Atemtäter Korbord, verantwortlich für den Morsan unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Oh, schon eine schöne Kette hier. Nein, ich wohne da rauf. So. Ah, stopp. Boah. Das ist ein Draht. Aber wie viel sind wir denn? 24, eine Minute, Junge. Ach, die Zeit hier vergeht mit 15 Minuten. Das ist ein Lächeln. Äh. Hinz. Tja, äh, wieso nicht? Ich hab riesen, irgendwie. Oh. Hier liegt, wollte ich ein bisschen Geld hier, so. Mensch, was hier alles rumliegt, sag ich nicht in der Bühne, aber... Ah, hier liegt Paul, hier liegen auch... Ah. Locker. Oh, es ist immens. Okay. Geht denn hier was? Gleiche. Und tschüss. Okay, ich hab noch was drauf gestanden, aber ich weiß gar nicht. Tja, okay. Ich würde mal sagen, sehen wir bei diesem Mal hin. Und das was dann mal für euch. Nicht mehr. Nein. Wir sehen uns vor der nächsten Folge. Ich freue mich. Ich liebe... Hier sind keine Frau. Ich liebe... könne die Frau dann...